Erste Rang, Carla Konoboff, Erwin Lidio. Auf der zweiten Rang, Rahel Moor, Esterhaar Langetal. Und auf dem dritten Rang, Benali Soldati, Estergiro Karmus. Die Medaille überreicht Christine Henzi, Athletenbetreuerin des SCFaus. Auch Sie erhalten die spezielle Rose der Pistronik. Die nachfolgenden Gymnastikern bieten wir nur abzustehen und am Platz zu bleiben. Rang vier, Frey Andrina Pierpierre. Rang vier, Marina Brunetta, Cercinastik. Rang vier, Tonina Piara, SRC Jasker. Rang sieben, Rachel Boski, Erwin Lidio. Und auf dem dritten Rang, Nidia Dimitroa, Kim Bien Bien. Wir wünschen euch eine gute Heimreise und viel Glück an der nächsten Qualifikationsrunde für die Schweizer Meisterschaft. Vielen Dank. Im Namen von Kim Bien wünschen wir natürlich wirklich allen eine sehr gute Heimfahrt. Und an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank für das große Engagement der Gymnastinnen, der Zeiterin, der Kampfrichter.